Heute habe ich mal zwei Fälle für euch, in denen es um Prominente geht, und zwar um Yakun Sakurasuka und Yakuro Murasaki. Denkt wie immer daran, ein Abo und ein Like dazulassen und schreibt mir gerne einen Kommentar mit eurer Meinung zu den Fällen. Yakuro Murasaki und seine Frau Morisono Miruku aus Tokio sind beide im Manga-Geschäft tätig. Er als Autor, sie als Zeichnerin. Yakuro ist im Jahr 1961 unter dem Namen Ichiro Kuroda in Hokkaido geboren. Im Alter von elf Jahren ertrinkt er beinahe im Meer und sagt später darüber, in dem Moment hätte er den Beginn des Universums gesehen. Außerdem sagt er, zu dem Zeitpunkt sei etwas Bösartiges in seinen Körper eingedrungen und hätte ihn mit teuflischen Dingen beauftragt. Er studiert Philosophie und arbeitet danach beim Verlag Pyotoru Kobo, der Zeitschriften herausgibt und Bücher übersetzt. Kuroda ist auch selbstständiger Autor, hat aber bislang noch kein eigenes Werk veröffentlicht. Durch seine Tätigkeit beim Verlag lernt er den Mangaka Takashi Nemoto kennen. Durch seine Kontakte in die Branche beginnt er, seine eigene Schriftstellertätigkeit immer ernsthafter zu betreiben. Im Jahr 1993 werden er und Nemoto vom Magazin Garo interviewt. Hier nutzt er zum ersten Mal das Pseudonym Yakuro Murasaki. Yakuro heißt 100, Murasaki heißt Violett. Er sagt, Violett sei eine verrückte Farbe, deswegen hätte er sich für den Namen entschieden. Im Jahr 1995 gibt Murasaki dann sein Debüt als Autor mit dem Werk Guess Media und Guess Humans. In seinem Manuskript schreibt er, dass er ständig Radiowellen hören könnte und diese Radiowellen wären eigentlich die Stimmen von Göttern oder Teufeln. Weiterhin erklärt er, dass er diese Wahrnehmung aber emotional gut abgrenzen könnte und sich nicht davon mitreißen lassen würde. In den folgenden Jahren veröffentlicht er eine ganze Menge weitere Werke und erhält zahlreiche Auszeichnungen. Selbst fließt er unzählige Bücher über Magie und Okkultismus. Unter anderem ist er einer der Autoren des Underground- und Kultmagazins Abunai Ichigo. Das heißt ungefähr Gefährlich Nummer 1. In diesem Magazin haben auch der später von Yakkoro vielbehandelte Teufelsboom und der sogenannte Boom des schlechten Geschmacks ihren Ursprung. Dies kommt dadurch zustande, dass das Magazin fast immer nur Themen aufgreift, die allgemein als kontrovers oder problematisch betrachtet werden. So geht es dort regelmäßig um Drogen, Spionage, Mordfälle, Missbildungen, Geisteskrankheiten und Körperkulte und um das populäre Mülltauchen zum Finden und Sammeln sensibler Informationen. Murasaki beginnt, selbst Müll einzusammeln, zu analysieren und seine Erkenntnisse in seine Artikel mit einfließen zu lassen. Anfang 1996 veranstalten die Autoren die sogenannte Devil Night, die zu einer legendären Live-Talk-Session wird. Und keins ihrer kontroversen Themen auslässt. Das Magazin hat eine große Fanbase, doch mehrere der anderen beteiligten Autoren werfen gegen Ende der 90er das Handtuch. Offenbar gefällt ihnen nicht mehr, welchen Leserkreis sie anziehen. Einer von ihnen äußert, die Leser seien inzwischen radikaler als die Schöpfer. Dann kommt auch noch heraus, dass Shinichiro Asuma, ein 14-Jähriger, der zwei Kinder getötet hat und besser unter dem Namen Seto Sakakibara bekannt ist, offenbar ein großer Fan der Zeitschrift ist und sogar mal eine Fan-Postkarte an einen der Autoren geschrieben hat. Murasaki allerdings schreibt gerne über diese Themen und tut dies auch, nachdem die restlichen Autoren beschließen, das Magazin Abunai Ichigo einzustellen. Er veröffentlicht wieder ein Solowerk und zwar Empfehlungen für Teufel, in dem es wieder ums Mülltauchen als Einführung in die teuflische Lebensweise geht. Um sein Image zu unterstützen, tritt er in der Öffentlichkeit nur mit einem Müllsack auf dem Kopf auf. Er lässt lediglich ein Loch für ein einzelnes Auge frei. Über sein Privatleben dringt nicht viel an die Öffentlichkeit. Nachdem er die Manga-Zeichnerin Morisono Meruku heiratet, veröffentlicht sie einige gemeinsame Werke. Im Mai 2010 beginnt Murasaki plötzlich, sich für eine Lebensversicherung zu interessieren und schließt kurz darauf eine ab. Seine Frau sagt, zuvor hätte er an solchen Dingen keinerlei Interesse gehabt, doch plötzlich schien es sehr wichtig für ihn gewesen zu sein. Einige Wochen später, Mitte Juli, äußert er dann in einem Gespräch vor mehreren Bekannten etwas, was später als Prophezeiung seines eigenen Todes gedeutet wird. Und zwar spricht er wohl in der Vergangenheit und sagt, er sei bereits getötet worden. Er sagt wohl sogar ziemlich konkret, dass er in dem Raum, in dem er sich gerade befinden würde, erstochen wurde. Leider fehlt hier der Kontext, also was er oder andere zuvor gesagt haben oder worum es überhaupt ging, aber schon ein merkwürdiges Statement. Nur eine Woche später, am Abend des 23. Juli 2010, ist Morisono in der Stadt, um mit Freunden zu Abend zu essen. Murasaki befindet sich alleine im Haus in Nerima in Tokio, als ein Mann einbricht und beginnt, ihn mit einem 17 cm langen Messer zu attackieren. Der Täter sticht 48 Mal auf Murasaki ein und tötet ihn. Der 32-jährige Täter meldet sich noch von Murasaki's Haus aus telefonisch bei der Polizei und gesteht die Tat. So ist die Polizei bereits im Haus, bevor Morisono zurückkehrt und kann den Täter direkt vor Ort festnehmen. Doch er wird für die Tat weder angeklagt noch verurteilt, da bei ihm Schizophrenie festgestellt wird. Er kommt in eine geschlossene medizinische Einrichtung, wo die Aufenthaltsdauer anhand von psychologischen Gutachten bestimmt wird. Ob er also mittlerweile wieder ein Freiheit ist, ist schwer zu sagen. Seiner Aussage nach wollte er eigentlich Murasaki's früheren Kollegen, Takashi Nemoto, umbringen, doch er war nicht in seinem Atelier, wo der Täter ihn vermutete. Frustriert sei er dann zu Murasaki's Anwesen gefahren. Die Adressen der Autoren hat der Mann aus Yokohama im Internet herausgefunden. Bei der Adresse von Nemoto's Atelier hat er aber einen Fehler gemacht. Nemoto war zu dieser Zeit gar nicht der Mieter der Räumlichkeiten, die der Täter im Visier hatte. Nach Murasaki's Tod berichtet Morisono davon, dass sie öfter spirituelle Phänomene wahrnehmen würde. Zum Beispiel könnte sie Schritte aus dem Arbeitszimmer ihres Mannes hören. Außerdem sei plötzlich das Bild einer Jesus-Statue auf seinem PC aufgetaucht. Weiterhin berichtet sie, dass eine Puppe, die Murasaki in ein Kostüm gekleidet hatte, dies über Nacht plötzlich abgelegt hätte. Ein anderes Mal sei das Stirnband der Puppe verschwunden. Daraufhin lässt Morisono die Puppe exorzieren. Am sechsten Jahrestag seines Todes sieht sie auf seinem Notebook ein Muster, das aussieht wie der Umriss von seinen Augen. Sie sagt, durch diese Erscheinungen hätte sie sich nie unwohl gefühlt, aber sie sei sich sicher, dass sie real seien. Seit 2014 gibt es eine Dauerausstellung, Yakuro Murasaki-Kan, auf der der Müll ausgestellt wird, den Murasaki über Jahre hinweg gesammelt und zum Teil wie Kunstwerke arrangiert hat. Ein Jahr später, 2017, veröffentlicht Morisono Medoku ein Essay-Manga. Das ist ein Manga, das von wahren Erlebnissen oder Eindrücken der Autoren handelt, über den Tod ihres Mannes. Es heißt, Watashi no Otto wa Arohi Totsu-sen Kurosareta. Eines Tages wurde mein Mann plötzlich getötet. Yakun Sakura Suka wird am 24. September 1976 unter seinem bürgerlichen Namen Yasuo Saito in Yokohama geboren. Nach der Schule studiert er Kunst und macht dann eine Schauspielausbildung. Zunächst schließt er sich der Talentagentur Topcode an. Zwischen 1999 und 2005 tritt er gemeinsam mit Kosuke Takeuchi als das Comedy-Duo Abare Nunchaku auf. Abare Nunchaku heißt Nunchaku Amoklauf. Zu der Zeit tritt Yasuo noch nicht als Frau gekleidet auf und hat auch noch nicht seinen Künstlernamen. Nachdem Kosuke Angebote als Synchronsprecher erhält und Yasuo sich mehr auf seine Musikkarriere konzentrieren möchte, löst sich das Duo auf. Auch Yasuo ist bereits als Synchronsprecher tätig gewesen, zum Beispiel im Anime Full Moon of Sagaste, in dem er den Shinigami Taktkira spricht. Nach der Trennung des Comedy-Duos beginnt Yasuo dann seine Musikkarriere. Sein Produzent legt ihm nahe, sich den Künstlernamen Yakun Sakura Suka zuzulegen. Ab diesem Zeitpunkt tritt er in weiblichen Outfits auf und er ist auch der Vorsitzende der Japan Cross-Dressers Organization. Er bringt sein Debütalbum Geekimaji Mukatsuko im Jahr 2006 heraus, was zu einem großen Erfolg für den Künstler wird. Doch im Jahr 2007 kommt es zu Vorwürfen gegenüber Yakun. Angeblich hat er eine Frau belästigt, als er betrunken war. Da er seine Karriere in Gefahr sieht, zieht er sich für eine Weile zurück und legt eine Pause ein. Ab 2010 ist er dann der Sänger der Gruppe Bijou Men Vlossom, die sich später in Bijou Men Seto umbenennen. Die Gruppe ist ziemlich erfolgreich. Zu der Zeit ist Yakun in einer Beziehung mit einer Make-up-Artistin der Band. Am 5. Oktober sind mehrere Bandmitglieder von Bijou Men Seto sowie deren Manager auf dem Weg nach Kumamoto, wo sie einen Live-Auftritt in der Arao City Mall haben. Ihre Tour soll eigentlich noch bis November gehen und sie sind seit 6 Uhr morgens unterwegs. Yakun selbst sitzt am Steuer des Toyotas, als sie auf dem Chigok Expressway in Richtung Yamaguchi fahren. Auf dem Beifahrersitz sitzt sein Bandmitglied Yoriden. Hinten sitzt sein Manager und ein weiteres Mitglied von Bijou Men Seto. An einem Streckenabschnitt, der als äußerst gefährlich bekannt ist und aufgrund der zahlreichen Unfälle, die sich dort ereignen, Magic Curve genannt wird, verliert Yakun die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidiert mit der Mittelleitplanke. Das Fahrzeug steht danach auf der rechten Fahrbahnseite des Expressway, aber in Japan ist Linksverkehr, also steht es an der schnellsten Spur. Alle sitzen noch im Wagen, als der Manager beschließt, auszusteigen, um sich die Schäden des Fahrzeugs anzusehen. Unmittelbar, nachdem er die Tür geöffnet hat und ausgestiegen ist, wird er von einem heranrasenden Auto erfasst und tödlich verletzt. Die anderen stehen unter Schock. Während Yoriden und das andere Bandmitglied auf der Seite der Leitplanke aussteigen und Rauchbomben zur Absicherung der Unfallstelle anzünden, steigt Yakun, wie der Manager zuvor, auf der Fahrbahnseite aus und versucht, nachfolgende Fahrzeuge von der Unfallstelle wegzuleiten, indem er eine Jacke in der Luft herumschwenkt. Drei andere Fahrzeuge halten ebenfalls an, um zu helfen. Als Yakun sich auf den Weg zu den anderen Personen macht, kommt ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in der rechten Spur angefahren und er fasst Sakurasuka, der 10 Meter hoch in die Luft geschleudert wird und beim Aufprall mit der Fahrertür des Toyotas kollidiert. Er trägt genauso wie sein Manager tödliche Verletzungen davon. Yakun ist knapp zwei Wochen zuvor 37 Jahre alt geworden. Seine Fans und seine Kollegen äußern sich bestürzt in den Medien zu seinem Tod. Auf seinem Blog sind bis heute über 90.000 Kondolenznachrichten eingegangen. Seine Beerdigung fand am 14. Oktober statt. Natürlich gibt es, wie bei vielen jung verstorbenen Prominenten, eine Menge Gerüchte um Yakuns Tod. Zum einen ist Anfang 2013, also etwa sieben Monate zuvor, ein Paar ermordet worden, das Yakun zumindest flüchtig gekannt hat. Der 51-jährige Makoto und die 48-jährige Mishigi Shimomi sind wohlhabende Geschäftsleute und wohnen eigentlich in der Schweiz, während sie ein Business in Luxemburg betreiben. Sie handeln mit Wertpapieren und legen Geld für Investoren an. Sie befinden sich Anfang 2013 auf einer Reise in ihrem Heimatland Japan, als sie plötzlich verschwinden. Zwei Wochen lang läuft eine Großfahndung nach dem Paar. Dann werden ihre Leichen auf einem unbebauten Grundstück in Kuki in der Präfektur Saitama gefunden, wo sie vergraben wurden. Ihre Brieftaschen mit Bargeld sowie alle Kreditkarten wurden gestohlen. Einige Zeit nach den Morden versucht ein Mann im Bahnhof Tokio, ein Ticket für den Shinkansen zu kaufen und es mit Makoto Shimomis Kreditkarte zu bezahlen, was aber nicht funktioniert, da das Bahnhofspersonal sagt, dass die Karte bestätigt werden muss. Bei dem Mann handelt es sich um den 43-jährigen Takashi Watanabe, der wenig später unter dringendem Tatverdacht festgenommen wird. Außerdem wird ein 41-jähriger Mann inhaftiert, der vermutlich als Komplize gedient hat. Watanabe ist ein Großhändler, der mit Walfleisch gehandelt hat. Im Jahr 2008 trifft er sich zum ersten Mal mit den Shimomis, die ihn beraten, 450 Millionen Yen in ein Lebensmittelunternehmen zu investieren. Watanabe nimmt den Rat an und Makoto investiert das Geld für ihn. Das Unternehmen wirft aber keinerlei Gewinn ab und die hohe Investition bringt Watanabe in finanzielle Schwierigkeiten. Er investiert nochmal 2 Millionen Yen, um sich ein Auto zu kaufen, mit dem er seine Tat durchführen möchte, dass er dann nach der Tat ebenfalls auf dem leeren Grundstück versteckt. Die Polizei kann in dem Wagen die Blutsporen der Opfer feststellen. Die Shimomis haben offenbar mit mehreren Leuten Probleme, da sie alle in komplizierte Geldgeschäfte verstrickt sind. Makoto ist eigentlich für den 25. März, also zwei Monate nach seinem Tod, zu einem Verhör vorgeladen gewesen, da ein anderer Investor ihn auf Schadensersatz in Höhe von 33 Millionen Yen verklagt hat. Es gab also durchaus mehrere Personen mit einem möglichen Mordmotiv gegenüber den Shimomis. Außerdem gibt es derzeit noch Ermittlungen dahingehend, ob Watanabe und sein Komplize die einzigen Täter waren und tatsächlich aus persönlichen Motiven herausgehandelt haben, oder ob er den Mord eventuell sogar im Auftrag weiterer oder mit weiteren Firmeninhabern gemeinsam durchgeführt hat. Was aber soll nun Yaku und Sakurasukas Tod mit dem Mord an den Shimomis zu tun haben? Nachdem die Storys über den Mord durch die Medien gehen und immer weitere mögliche Verstrickungen von weiteren Geschäftsleuten bzw. Firmen darin bekannt werden, gräbt die Presse irgendwann den Fakt aus, dass eben auch Sakurasuka irgendwie mit den Shimomis bekannt war. Die Spekulationen gehen nun dahin, dass auch er finanziell in deren Business involviert gewesen sei. Er äußert danach selbst, dass er irritiert sei, dass diese Sache überhaupt an die Presse geraten sei. Er bestätigt zwar, Kontakte mit vielen Unternehmern zu haben, zu den Shimomis hätte er aber keinen persönlichen Kontakt gehabt. Er sei lediglich einmal, und zwar schon sieben Jahre zuvor, von einer Eventagentur für eine Veranstaltung des Paares, und zwar für die Geburtstagsfeier von Mishige gebucht worden. Mishige hat über diesen Auftritt anscheinend auch in ihrem Blog geschrieben, der nach dem Mord an dem Paar von zahlreichen Reportern gelesen wurde, wodurch sie die Verbindung von Yakun zu dem Paar aufgegriffen und dann in den Medien thematisiert haben. Nach Yakuns eigenem Tod gehen die Mutmaßungen nun dahin, dass er eben doch finanziell involviert war und die Inhaber, die für den Mord an den Shimomis verantwortlich waren, nun auch ihn aus dem Weg geräumt hätten. Weiterhin gibt es Gerüchte, dass die Opfer größere Mengen Geld gewaschen hätten und auch, dass eine Yakuza-Gruppe aus der Kanto-Region mit in die Sache verstrickt sei. Unabhängig davon, wie plausibel diese Theorie überhaupt ist, wie soll diese Art von Unfall, die Yakun hatte, gezielt herbeigeführt worden sein? Falls an dem Auto etwas manipuliert worden wäre, hätte man es ja im Nachhinein feststellen müssen, aber dies scheint nicht der Fall zu sein. Die beiden überlebenden Passagiere des Wagens sagen, Yakun hätte plötzlich in der Kurve die Kontrolle verloren, es hätte aber keine Fehlfunktion des Autos gegeben. Dass der Fahrer des Wagens, der Yakun erfasst hat, involviert gewesen sein soll, ist ja so gut wie unmöglich. Wie hätte man das vom Timing her auf der Autobahn hinbekommen sollen, ohne vorher genau zu wissen, wo das Unfallfahrzeug zum Stehen kommt und so weiter? Außerdem hätte ja auch keiner wissen können, dass Yakun aussteigt und am Fahrbahnrand herumläuft. Außerdem wurde der Mann ja auch nach dem Unfall vernommen und scheint ein völlig Fremder zu sein, der unglücklicherweise an diesem Tag in der rechten Fahrspur unterwegs war. Wenn ihr dazu andere Ansichten oder Ideen habt oder euch vorstellen könnt, wie dieser Unfall ein Mord gewesen sein könnte, lasst bitte einen Kommentar da. Im Fall der Shimomis sieht das Gericht es nach einer langwierigen Verhandlung wohl auch als erwiesen an, dass Takashi Watanabe und sein Komplize alleine agiert haben und nicht gemeinsam mit anderen Firmeninhabern die Tat geplant haben. Takashi wird im Jahr 2016 für die Tat zum Tod verurteilt, der Komplize bekommt eine mehrjährige Haftstrafe. Obwohl damit der Fall eigentlich geklärt ist, hören die Gerüchte um Sakurasuka nicht auf. Viele seiner Fans können es immer noch nicht hinnehmen, dass er bei einem Unfall gestorben ist und sind immer noch überzeugt davon, dass jemand seinen Tod geplant und eingefädelt hat. Natürlich gibt es noch einige Fotos von der Unfallstelle, auf denen angebliche Erscheinungen der Verstorbenen zu erkennen sind. Zum einen sollen auf dem Foto des Unfallautos im Bereich vor dem Auto, etwa auf Höhe der Leitplanke, zwei Gesichter zu erkennen sein. Ich habe sie leider nicht gefunden. Das zweite Foto finde ich persönlich etwas leichter zu erkennen. Am Farbarnrand auf der linken Seite sieht man eine Gestalt, die als Yakun Sakurasuka interpretiert wird. Vermutlich sind diese Erscheinungen in den Fotos ausschließlich durch die Belichtung und so weiter entstanden und bedeuten überhaupt nichts. Oder wie seht ihr das? Glaubt ihr an Geisterfotografie? Auf seinem eigenen Blog hat Yakun bis zu seinem Tod regelmäßig Einträge gemacht. Zuletzt hat er über seine Geburtstagsparty und eine Reise unmittelbar zuvor nach Paris geschrieben. Nichts lässt darauf schließen, dass er eine Vorahnung über seinen bevorstehenden Tod hatte. Bis heute suchten jedes Jahr hunderte seiner Fans sein Grab auf und lassen Geschenke für ihn dort. Vielen Dank fürs Anschauen bis zum Schluss. Denkt daran, ein Abo und ein Like dazulassen. Und wenn ihr Lust auf mehr Fälle habt, dann schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Bis gleich! Sous-titrage ST' 501